Oh, das kann was werden. Mein Mann, mein Bras, es ist das, mein Name ist Stylies Night und heute wird es mal wieder Zeit für ein Anomalie-Spiel. Ihr wisst schon, diese Art Spiele, wo man in einer ewigen Zeitschleife festhängt und eben mal wieder durch dieselben Räume geht, bis sich irgendwas verändert. Diese Spiele sind schwer, weil man... Oh, das war gruselig mit der blutigen Glocke. Diese Art von Spielen ist verdammt schwer, weil man muss sich Dinge merken. Das heißt, seid alle aufmerksam und... Wir starten das Ganze. Du musst alle Anomalien erkennen. Wenn sich in den Räumlichkeiten nichts verändert hat, geh weiter in den Private Room. Solltest du aber eine Anomalie sehen, dann geh zurück. Fangen wir an und das ganze Spiel spielt in einer Bar. Müssen wir uns hier schon anfangen, Dinge zu merken. Hier sind zwei Bilder. Ein... Ten Bells. Nices Intro. Die Bar-Atmosphäre ist ganz schön gruselig. Und hier gibt es anscheinend viel zu merken. Hier sind drei Karten. Der Tee wird von einem Kartenstapel gehalten, weil er anscheinend wackelt. Schauen wir uns weiter um. Fünf Karten. Oh Gott. Das wird echt viel zu merken sein. Hier sind nochmal zweimal fünf Karten. Ein paar Bilder. Die können sich auch verändern pro Run, den wir machen. Wieder fünf Karten. Eigentlich liegen überall fünf Karten. Bis auf da beim einen Tisch. Was haben wir hier noch? Ein paar... Oh mein Gott. Das ist viel zu viel zu merken. Hast du irgendwas Schockierendes gesehen? Oder wieso sind deine Augen so weit aufgerissen? Okay, das ist der Barkeeper. Und wir haben hier eine Glocke, die auf dem Tisch steht. Fünf Karten, nochmal drei Karten. Oh mein Gott. Yo. Bro, dieser Ort ist doch viel zu groß. Das kann ich mir niemals alles merken. Was denkt ihr? Ich habe kein fotografisches Gedächtnis. Ich bin nur ein schwarzer Mann. Der versucht klar zu kommen. Okay. Auf der anderen Seite der Bar ist nochmal eine Frau. Anscheinend ist das Ganze hier eine Art von Kreis. Wir laufen weiter. Und ich habe bisher keinen Unterschied gesehen. Deswegen gehen wir in den Private Room. Logisch, ich habe keinen Unterschied gesehen. War ja bisher unsere erste Runde. Und jetzt sollte, wenn wir alles richtig gemacht haben. Ich schätze mal, beim ersten Mal haben wir alles richtig gemacht. Die erste Glocke da sein. Das Ziel ist, das zehn Glocken zu erreichen. Und ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich meine, sind wir mal ehrlich. Da sind verdammt viele Dinge, auf die man hier achten kann. Das Bild ist anders, oder? Ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher. Wir gucken einfach mal weiter. Vielleicht entdecken wir eine offensichtliche Anomalie. Oder eventuell ist auch alles richtig. Und ich irre mich hier. Hier sind vier Karten. Waren hier nicht fünf? Oh Gott, ich bin mir jetzt schon nicht sicher. War das Glas die ganze Zeit schon da? Ich meine, hey, es ist nicht so schlimm, wenn man am Anfang verkackt. Man wird hier einige Male verkacken. Und merkt sich jeden Run halt ein bisschen mehr. Aber ich glaube ehrlich gesagt... Oh, warte mal. Die Treppe war vorher auch schon da. Alles cool. Hier sind fünf Bierdeckel. Das sind keine Karten. Tut mir leid. Hier ist die Frau auf der Seite. Ist alles cool bei dir? Du schaust so komisch die Wand an, als hättest du irgendwas gesehen. Wisst ihr was? Ich glaube, das Bild am Anfang ist anders. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Ich gehe jetzt einfach mal zurück. Ich sage, hier ist eine Anomalie. Und zwar das Bild. Und ich hoffe, das ist richtig. Wir laufen jetzt einfach hier die Runde. Und wir haben unsere Entscheidung ge... Oh mein Gott. Es war richtig. Es war richtig. Unsere erste Anomalie. Perfekt. Wir haben schon zwei Glocken. Vielleicht diesmal etwas ein bisschen offensichtlicheres. Oh mein Gott. Das Bild war es nicht. Das ist dasselbe Bild wie vorher. Was war dann die Anomalie? Hier sind fünf Bierdeckel. War der eine immer so weit abseits? Oh mein Gott. Ich bin mir nicht sicher. Das macht es so schwer. War der Bierdeckel so weit abseits? Und hier waren die ganze Zeit anscheinend nur vier Bierdeckel. Also weiß ich nicht, was in der letzten Runde die Anomalie war. Aber zum Glück bin ich ja rückwärts gegangen. Meine Fresse. Das wird schwer, Leute. Das wird schwer. Vielleicht seht ihr auch ein paar Anomalien, die ich nicht sehe. Deswegen versucht euch mal auch so viel zu merken, wie ihr könnt. Und Leute, lasst ein Like da. Jeder einzelne Like hilft. Und wenn du gerade die Zeit hast, es ist nur ein Klick. Wäre super korrekt. Ich danke dir. Okay, weiter geht's hier. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir... Warte mal. Ich habe gar nicht auf diese Vitrine geachtet. Die spiegelt auch ein bisschen zu hart. Aber ist alles gut mit der Frau? Die ist immer noch da hinten. Aber das war sie in der letzten Runde ja auch. Und das war wahrscheinlich dann nicht das Problem. Bisher sehe ich keinen großartigen Fehler. Oh mein Gott, ich müsste raten. Hier sind fünf Karten. Hier sind fünf Karten. Ehrlich gesagt... Ich sehe keinen Fehl... Äh... Was zur... Wer heult da? Okay, das ist definitiv eine Anomalie. Soll ich die Glocken berühren? Ah! 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 Okay, okay. Verdammt, das ist eine Anomalie. Ich check's. Ich check's. Ich habe verkackt. Ich hätte die Glocken nicht berühren dürfen. Mist, das war so offensichtlich. Ich bin so doof und jetzt bin ich wieder bei Nacht 1 angekommen. Ihr verkackert mich doch. Okay. Weiter geht's. Drei. Fünf. Oh mein Gott, die Anomaliden scheinen hier ein bisschen heftiger zu sein. Wisst ihr was? Ich möchte meine erste Glocke zurückhaben. Das heißt, ich laufe jetzt einfach mal durch und hoffe, dass alles tutti ist. Aber auf dem Weg merke ich mir so viel, wie ich merken kann. Hier oben, die Tür geht nicht weiter. Das ist perfekt. Oh mein Gott. Ich liebe ja so welche Spiele. Aber sie sind manchmal halt echt, echt schwer. Fünf Karten, drei Karten. Ich denke, wir haben den Rhythmus raus. Drei Fässer. Das merken wir uns auch. Und jetzt gehe ich einfach mal weiter, weil ich habe kein Problem gesehen. Diesmal. Eben gerade war das Problem so offensichtlich. Ich dachte nur, ich hätte die Glocke eventuell einsammeln müssen. Okay. Das haben wir richtig gemacht. Wir haben wieder eine Glocke. Sehen wir irgendwo eine Anomalie? Das Bild ist gleich. Hier ist auch alles tutti. Oh mein Gott, das wird so schwer. Fünf Karten, drei Bierdeckel. Tut mir leid, das sind keine Karten. Fünf Bierdeckel. Let's go. Das leere Glas. Vier, fünf. Alles gut. Der Typ guckt immer noch so mit seinen verstörten Augen. Hast du den schwarzen Mann gesehen? Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Weiter geht's, weiter geht's. Die Glocke ist da. Alles tutti. Fünf Karten, drei Karten. Bisher bin ich zufrieden. Bisher bin ich absolut zufrieden. Fünf Karten. Hier am Pooltisch könnte ja auch theoretisch irgendwas sein. Aber ehrlich gesagt, das sieht alles verdammt normal aus. Ich halte es für normal, obwohl das die Frau das erste Mal nicht in der Ecke ist. Obwohl, die geht da sowieso hin. Wieso auch immer. Ich weiß nicht, was sie da macht. Aber sie macht es die ganze Zeit schon. Von daher ist es anscheinend normal, oder? Du bist irre. Irre Frau. Neun Bells. Okay. Ehrlich gesagt, ich sehe keine Probleme. Ich sehe keine Probleme. Also bitte. Ich habe meine Entscheidung gefällt. Bitte lass da zwei Glocken sein. Komm. Oh, ha, 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 bomm, bomm. Nice. Nice. Das gefällt mir. Okay, weiter geht's. Wir sind wieder da, wo wir vorher waren. Fünf, fünf. Alles tut hier. Ich sollte mir die Dinger wahrscheinlich genauer angucken. Das Bild ist irgendwie gruselig auf eine Art und Weise. Man sollte meinen, es ist ein schönes Bild, aber nein, das ist gruselig. Das hier ist auch gruselig. Aber das ist oft in Bars so. Der Typ ist immer noch dabei, dieselben Dinge zu machen. Und zwar verdammt nochmal den Tisch sauber zu machen. Was er auch die letzten zwei Nächte getan hat. Hier ist auch alles tut hier. Ich sollte ihn wahrscheinlich ein bisschen länger beobachten, um seine Motion zu sehen. Aber das ist verdammt langweilig. Also gehe ich weiter. Ich gehe weiter. Ich schaue lieber auf die andere Seite, weil vielleicht gibt es irgendwas, was offensichtlich ist. Komm schon. Bisher haben wir es sehr gut gemacht. Zwei Bierdeckel. Der Billardtisch. Habe ich da irgendwas gesehen? Nee, das kam mir nur so vor. Ich sehe keine Anomalie bisher. Alles ist normal. Außer... Nein. Alles ist absolut... Hallo, Papa. Alles ist absolut normal. Aber ich habe ein schlechtes Gefühl. Oh Gott, was? Yo, 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 yo. Okay, okay. Ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Verdammt. Er verfolgt mich. Wieso bist du sauer auf mich? Was habe ich dir angetan? Okay, schnell, schnell, schnell. Er hat mich... Er hat mich wirklich erschreckt. Yo, yo. Böser weißer Mann. Böser weißer Mann. Weiter geht's. Drei, fünf. Wir hoffen einfach. Alter. In meinem Raum ist es auch verdammt heiß drin. Die Anomalien kommen so random mäßig. Das erschreckt dich halt ehrlich. Okay. Der böse Mann. Vier, fünf K... Okay. Okay. Zurück. Verdammt. Oh mein Gott. Wieso müssen die scarce so heftig sein? Lasst mich da... Bam, 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 bam. Vier Stück. Glück. Boah. Okay. Bitte. Übertreibt doch nicht so. Mein armes Herz. Vier, fünf. Alles ist tutti. Mehr oder weniger. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Typen jetzt. Ich meine, der war vorher schon gruselig mit seinem komischen Blick. Aber jetzt ist der noch gruseliger geworden. Die Glocken dürfen nicht explodieren. Vier, fünf. Bisher sind die Anomalien ja auch alle relativ offensichtlich. Bis auf die erste, die wir hatten. Die war schwer. Ich höre Regen. Hat es die ganze Zeit geregnet? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ist die Frau... Da ist die Frau. Ehrlich gesagt? Ich sehe jetzt nichts. Ich sehe jetzt wirklich nichts. Die Frau... Ich weiß nicht, wieso sie immer weint. Ich glaube, sie weint. Wieso weinst du? Holde meid. Ist der Bruder noch? Der Bruder ist auch noch da. Was geht ab? So. Fünf... An sich sehe ich hier nichts. Ich sehe gar nichts. Aber ich bin bei vier Glocken. Ich möchte keinen Fehler machen. Ist hier vielleicht irgendwo irgendwas? Irgendwas, was ich übersehen habe? Ich glaube, es hat die ganze Zeit schon geregnet. Aber ich bin mir nicht sicher. Oh, es sieht alles so normal aus. Du kannst mir jetzt nicht sagen, dass ein Barhocker oder so fehlt. Weil das wäre total letzten... Wir laufen weiter. Wir laufen weiter. Und wir hoffen. Komm schon. Peter, schreck mich nicht. Aber für mich scheint alles normal zu sein. Ich habe meine Entscheidung gefällt. Jetzt geht es nicht mehr rückgängig. Fünf Glocken. Komm. Ja! Oh! Das ist richtig gut. Jo, das ist richtig gut. Wir haben fünf Glocken erreicht. Bam, 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 bam. Nice. Wie geht es weiter? Anomalie. Wir sind gut. Wir sind sehr gut. Hier ist alles richtig. Ich habe ein bisschen Angst vor den Anomalien hier. Weil die sind wirklich ein bisschen gruselig. Da ist die Frau. Ich sehe sie schon. Das ist gut. Sie ist zumindest da. Vier Karten. Fünf Karten. Der Barkeeper, der mir Angst macht. Ich möchte schnell an diesen Glocken vorbei. So, die sollen mich nicht erschrecken. Fünf, drei. Ich kann nicht auf all die Bilder achten. Das ist gar nicht möglich. Das sind viel zu viele. Bin ich kleiner geworden? Nee. Oder? Nein, bin ich nicht. Okay, gut. Gut, der Billard... Oder? Wieso kommt mir die Kameraperspektive so komisch vor? Liegt das an mir? Ich bin kleiner geworden, oder? Oder ist hier alles höher geworden? Ich habe ein schlechtes Gefühl, ehrlich gesagt. Ein ganz schlechtes Gefühl. Vor allen Dingen, weil ich mir nicht hundertprozentig gerade sicher bin. Aber wisst ihr was? Ich habe das Gefühl, ich bin kleiner geworden. Oder hier ist alles größer geworden. Das heißt, ich gehe einfach mal. Ich kann kaum über die Bar rüber gucken. Nein, ich war größer. Da bin ich mir relativ sicher. Wir gehen zurück, weil da war eine Anomalie, oder? Komm, bitte lass es richtig sein. Ja! Ja! Bada-ba-ba-ba! Nice! Nice! Wir sind so gut! Und ja, ich war auf jeden Fall kleiner. Guckt euch das mal an. Ich gucke hier auf den Tisch easy drauf. Und eben gerade war das auf Augenhöhe. Das macht Sinn. Gut. Sniley, hör einfach auf deine Gefühle. Dann hast du es schon. Dann hast du es schon. Vier, fünf. Der hässliche Typ immer noch hier. Alles gut. Sonst sieht hier alles normal aus bisher. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Und du mit deinen Augen lässt mich auch nicht aus den Augen. Deine Krawatte sieht aus wie Kacke. Darf ich dir das sagen? Wie so ein richtiger Kackstreifen. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich wollte nicht emotional werden. Aber wenigstens weiß ich jetzt, es hat die ganze Zeit schon geregnet. Das war nicht nur einfach so. Okay. Billard. Alles gut. Ich sehe bisher keinen Fehler. Kein einzigen. Die Frau ist immer noch nicht glücklich, was gut ist. Eigentlich soll es schlecht sein, aber es ist gut in diesem Fall. Die Bilder. Es muss irgendwas mit den Bildern passieren. Oder irgendwas. Okay, ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Ich riskiere es gar nicht. Ich riskiere es gar nicht. Ich riskiere es. Okay. Oh, oh, oh. Okay. Oh mein Gott. Ich berühre die nicht. Oh. 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 Wieso brennt denn das jetzt? Ach du Kacke. Hier ist ein Dämon oder so. Das war die Anomalie. Das. Nur noch drei Stück. Wir haben sieben. Nur noch drei Stück. Wir haben sieben. Komm schon, Sniley. Pure Konzentration. Pure Konzent. Brr. Wir kriegen das hin. The Seven Bells. Stand das immer schon da oben? Stand das immer schon da oben? Ich weiß es nicht, ob der Schriftzug die ganze Zeit schon da war. 5, 4. Die Bilder. Die ich immer noch ein bisschen gruselig finde. Ich weiß nicht, ob der Schriftzug die ganze Zeit schon da war. Oh nein. Ich habe nicht darauf geachtet. 4, 5. Der Barkeeper, der immer noch putzt. Das ist gut. 4, 5. Es macht Sinn, dass der Schriftzug da oben ist. Aber ich habe ihn vorher nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Oh. Meine Fresse. Das macht es jetzt ein bisschen schwer, um ehrlich zu sein. 5. Ähm. Die Frau. Ich hoffe, ihr passiert nichts. Wenigsten hauen die die Anomalien richtig. Sie weint nicht, oder? Fang an zu weinen. Komm schon, Babe. Fang an zu weinen. Nein, du bist nicht glücklich, oder? Das kann nicht wahr sein. Bitte wein. Sie weint nicht. Jo, wenn sie jetzt nicht weint, ist es eine Anomalie. Okay, sie weint. Alles cool. Alles cool. Alles wieder gut. Tut mir leid. Tut mir leid, dass ich das gut finde, dass du... Was ist eigentlich hier? Ich will es gerade nicht riskieren. Let's go. Ich bin durchgelaufen. Und? Bitte? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jo. Zweimal noch. Zweimal noch. Und dann haben wir es geschafft. Und dann sind wir relativ clean hier durchgekommen. Hier ist nur eine Karte. Hier ist nur eine einzige Karte. Das war nie so. Das war nie so. Ich laufe trotzdem weiter. Hier müssten vier Karten sein. Hier fehlen überall Bierdeckel. Also keine Karten, sondern Untersetzer. Das ist eine Anomalie. Eine fette Anomalie. Oh mein Gott. Jo, 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 jo. Diesmal bin ich mir sogar sicher. Und das freu... Wieso leuchtet das eigentlich immer? Das ist cool. Oh, warte. Da steht irgendwas. Aber ist egal. Das letzte Mal. Das letzte Mal. Okay. Und das ist ein schweres Spiel. Deswegen... Also... Drei. Fünf. Alles gut. Zum Glück haben wir auf die Bierdecke geachtet. Ich will keinen Fehler machen. Deswegen sind wir hier ein bisschen konzentrierter. Vier. Fünf. So. Falls irgendwas passiert, muss ich bereit sein, direkt wegzulaufen. Putzen. Machst du das? Gut. Der eine Stuhl ist weiß. Das war auch die ganze Zeit so. Fünf. Vier. Das ist gut. Die Glocke. Das Bild. Der Schatten. Oh. Fünf. Drei. Hier oben. Die Tür ist immer noch zu. Fünf. Bisher sehe ich keinen Fehler. Und das nervt mich. Weil würde ich einen Fehler sehen, dann wüsste ich zu 100 Prozent, dass irgendwas nicht stimmt. Aber so... Sehe ich nix. Ich sehe absolut nix. Fünf. Fünf. So. Hier Bierdeckel. Das. Ich sehe nix. Das war immer schon so. Keine Sorge. Da geht man durch. Ist hier denn wirklich nichts? Ist es vielleicht was mit den Bildern? Ich weiß es nicht. Nein. Oh Gott. Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Es ist alles genau wie vorher. Ich sehe keinen Fehler. Ich sehe absolut keinen... Oh mein Gott. Nein. Ich sehe keinen Fehler. Dann laufen wir durch. Wir riskieren es. Wir laufen durch. Komm, bitte lass es stimmen. Bitte lass es stimmen. Oder vielleicht passiert hier noch was? Zu dem Keller können wir nicht gehen. Alles gut. Ich tue es. Oder? Ich tue es. War da immer schon dieser Kratzer? Komm schon, bitte. Bitte. Ja. 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 Wir haben zehn Bälls. Wieso ist da Blut auf der letzten drauf? Reach ten Bälls. Wieso ist da Blut drauf? Oh. Oh nein. 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 Was zur Hölle? Wieso? Was? 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 Ich habe Angst. Ich habe Angst. Wieso ist die Tür zu? Jetzt gibt es nur noch einen Weg. Es gibt nur noch einen einzigen Weg. Wieso ist die Frau... Wohin geht sie? Sie will mich nicht erschrecken, oder? Geht sie? Sie geht in den Keller. Oh. Was? Was zur Hölle? Nein. Oh, ich verstehe. Das ist die Geschichte von diesem Papp hier. Der Mann, der Baki bat seine Mitarbeiterin ermordet. Deswegen war die zehnte Glocke blut. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Ten Bälls. Ach, du Heilige. Oh nein. Deswegen war der Keller die ganze Zeit abgeschlossen. Oh, verdammt. Yo. Es ist niemand mehr da. Wir haben unser Ziel erreicht. Aber zu welchem Preis? Es geht nach oben. Was stand da gerade? Das war zu schnell. Es geht aber nach oben. Ten Bälls. Oh. Oh. Okay. Das Ganze hat ein Ende. Die arme Frau. Sie hat ja auch die ganze Zeit schon geweint. Sie war irgendwie die ganze Zeit nicht glücklich. Aber ehrlich gesagt, sie sieht ganz schön heil aus. Dafür, dass es ziemlich fleischig sich angehört hat. Trotzdem ist das krank. Verdammt. Nein. Sag mir nicht, wir sind der Barkeeper. Nein. Wir waren die ganze Zeit sie. Wir haben es von außen betrachtet. Was passiert ist? Und so sahen wir aus, kurz nachdem wir erschlagen worden sind. Oh mein. Das war kein guter Scare. Aber wir waren die ganze Zeit sie. All right. Okay. Ich muss einen Weg finden, um aus dieser Hölle zu entkommen. Naja, jetzt bist du tot. Okay, Leute. Das war Ten Bells. Wie hat es euch gefallen? Lasst mir gerne einen Kommentar da. Ich fand das Spiel echt nice. Oh. Okay. Verdammt. Das sind noch die ganzen anderen Anomalien, die man freischalten kann. Und am Anfang finden wir sogar ein Bild von uns. Ach. Und das Bild hat sich geändert. Habt ihr das gerade gesehen mit dem Swipe? Eben gerade war das ein normales Bild. Da sind wir rüber geswiped. Und dann war die Zombiefrau kurz zu sehen. Eine Sekunde. Falls ihr es nicht gesehen habt, spult kurz zurück. Und das sind die ganzen Enden, die wir freischalten können. Die ganzen anderen Anomalien. Ich kann hier einfach mal kurz durchlaufen. Ten Bells. Okay. Aber Leute. Nein. Schreibt mir in die Kommentare. Wie fandet ihr das Spiel? Fandet ihr es gut? Ich fand das tatsächlich irgendwie Hammer. Das war ein Anomaliespiel, was wirklich irgendwie eine Storyline hatte. Die man nicht auf den ersten Blick sieht. Bestimmt, wenn man die Zeitungsartikel noch mehr liest oder alles mögliche. Man kann sich damit bestimmt noch ein kleines bisschen beschäftigen. Aber Leute. Ich will meinen Teil beendet hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye. Auf Wiedersehen.